Kümmerliche Vorstellung Was genau ist deine Aufgabe? Klaven nennen es Redok. Ich nenne es Rattennest. Was hast du unternommen, um Redok zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küstenregion. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Ich will mit dem gefangenen Paladin reden. Er ist oben, im Leuchtturm. Mach mit ihm, was du willst. Ich bekomme kein Wort mehr aus ihm heraus. Was ist mit den Rebellen innerhalb dieser Stadt? Sie haben einen Anführer. Ich habe noch nicht herausfinden können, wer es ist. Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung. Finde den Kerl und gib ihm, was er verdient. No, erstmal nicht. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Der erste Angriff auf Pharyng war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Morras ihre Rudenmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Pharyng hat die Burg dann, ha ha ha, in ein Schlachthaus verwandelt. Ja gut, mehr hat er wohl erstmal nichts zu erzählen. Dann versuche ich nochmal mit unserem Schweinekollegen da zu sprechen. Komisch, dass wir noch nicht mit dem sprechen konnten. Wie viel Ruf habe ich eigentlich in Cap Doon? Genau 75. Hm. Das, obwohl wir noch nicht die Arena-Kämpfe gemacht haben. In manchen Städten wird es aber nicht möglich sein, genug Ruf zu bekommen, ohne dass man die Arena-Kämpfe machen muss. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Wir können später noch reden. Bist du wirklich? Ich weiß, Mann, ich weiß. Mann. Was willst du? Oh nein, nicht schon wieder, bitte! Ah, du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redog befindet. Was weißt du über Redog? Redog ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redog? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst ruhen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagien. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Gut. Den Rest sage ich mal nicht. Wir bleiben neutral. Okay. Dann würde ich gerne... Wenn ich Level Up bin... Dann bin ich Level Up. Recht bald. Dann würde ich gerne das noch lernen. Und ich würde auch gerne meine Geschicklichkeit noch steigern. Ich denke mal, dann werde ich jetzt weiter Richtung Montera ziehen. Hier komme ich ja erstmal nicht weiter. Auch diese Quests, da habe ich zwar noch einige. Ich meine, die Fischer sollen wieder fischen. Das könnte man theoretisch machen. Aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht schon... Wieder eine Entscheidung ist, die mich dann zu sehr auf die Seite der Rebellen treibt. Wir machen das jetzt mal. Hier, pass du das Gold. Gut. Sag deinen Fischern, sie sollen die Hämmer bereithalten. Den Rest erledige ich. Na gut. Lass mich in Ruhe. Dann gehen wir mal nach Adea. Dem kann ich auch noch Geld geben, ne? Weil, streng genommen habe ich das Geld für den. Aber warum sollte ich ihm 3000 geben? Ich finde das so viel. Was machst du hier? Ich glaube, ich speichere mal und gebe dem das Geld. Einfach um zu gucken, was passiert. Hier Gold für dich. Für deine gute Arbeit. Danke, das reicht mir für eine Weile. Du bist ein guter Mensch. 150 Erfahrungen nur? Nö. Da bin ich lieber ein schlechter Mensch. Kann er sowas von vergessen? Kann er sowas von vergessen? Ich habe euch Bretter von den Orks in Kap Dunn besorgt. Geht das klar? Ich meine, die Orks haben nichts dagegen? Sie werden nicht zu dir kommen und deine Boote versenken, keine Sorge. Ein Kern am Cero wird das Holz bei euch vorbeibringen. Großartig. Dann wäre das Wichtigste ja schon erledigt. Aber wir brauchen noch etwas anderes. Was braucht ihr noch? Wenn du uns jetzt noch Nägel besorgen könntest. Ihr braucht auch noch Nägel? Natürlich. Wie sollen die Bretter denn sonst zusammenhalten? Am besten du schaust mal in Lukas Schmiede vorbei. Also gut. Geh nicht weg. Ich bin bald zurück. Danach brauchen sie bestimmt noch wieder was zum Abdichten. Da ist doch gar nicht Lukas. Da ist ein Luca. Ich brauche Nägel. Den Verkauf macht Usuna. Bist du froh, dass die Orks aus Adia vertrieben wurden? Warum soll ich mich freuen? Jetzt sind die Rebellen da. Diese Bettler. Ich wünschte meine Augen hätten diese Penner nie gesehen. Sie haben nie Geld. Sie leihen sich fast immer Geld. Es gibt keine Kontrolle über sie. Da haben sie schon Schulden angesammelt. Sowas kann ich nicht leiden. Was denkst du über die Orks? Die Orks sind ein Haufen ungebildeter Halbwaffen, die noch nie vom Mitgefühl unserer Kirche gehört haben. Aber solange man sich ihnen nicht entgegenstellt, lassen sie einen in Ruhe seiner Arbeit machen. Außerdem lassen sie einen ungestraft zu Ihnen ausbeben. Im Grunde war ich ganz froh, als die Orks in unser Dorf gekommen sind. Du warst froh? Der Krieg zieht sich wirklich schon lange genug hin. All die Jahre, in denen wir gezwungen wurden, für das hier ohne gerechte Lohn Waffen zu schmieden, sind endlich vorbei. Ihr musstet für die Soldaten Waffen und sonst schmieden? Wir wurden mit Schuldscheinen bezahlt. Aber die Schatzkammern des Reiches waren leer. Der König hätte die Schulden nie bezahlen können. Und er hatte es wohl auch gar nicht vor. Jeder wusste das. Darum waren die Scheine völlig wertlos. Aber weigern konnten wir uns auch nicht. Sonst wären wir in der Barriere gelandet. Ah ja. Also ich muss sagen, diese Sprachausgabe in der späteren Version von Game TTS, die klingt irgendwie schlechter. Ich lasse jetzt erstmal drin und höre mir das noch ein bisschen weiter an. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt in irgendeiner Folge. Ich hatte die ja schon mal installiert, weil ich dachte, ja neuer ist gleich besser. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Hier habt ihr eure Nägel. Klasse. Das Wolze ist doch schon da. Ich hoffe, ihr braucht jetzt nicht noch einen Hammer. Ne, man ist zwar ziemlich alt, aber zur Not tut es noch. Danke für deine Hilfe. Dank dir geht es endlich wieder aufwärts. Und wenn ich erstmal wieder auf dem Golf fischen kann, muss ich wenigstens tagsüber meine Alte nicht mehr ertragen. Wie steht es mit einer Belohnung? Im Moment habe ich nichts. Vielleicht wird Hamla mir einen Gefallen tun. Oder komm in ein oder zwei Tagen wieder, wenn du einen guten Fang gemacht hast. Und ich gebe dir ein paar Fische. Oh, mal gucken. Ich habe den Fischern geholfen. Bald werden sie via Fischen fahren. Toll. Jetzt werden wir überleben. Kriege ich auch eine Belohnung? Naja, wir haben nicht viel. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Gut, gut, gut. Nimm das hier. Du kannst es vielleicht gebrochen. Zeig mir deine Ware. Eine Heugabe? Oh, ich kann das günstig für 30.000 zurückkaufen. Nice. Pass auf dich auf. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal pennen. Dann können wir nochmal das Lampenöl abgeben. Danach Richtung Montera. Langsam können wir mal dahin, ne? Speichern könnte ich. Ich glaube, diese Gegend hier oben und so, das gucke ich mir dann alles später an, wenn ich ein bisschen stärker bin. Aber ich meine, bald kriege ich ja einen ordentlichen Boost. Wenn ich nochmal ein bisschen mehr Jagdgeschick habe, dann kann ich mir diesen Säbel gönnen. Das wird geil. Der macht nämlich 160 Klingenschaden. Dann sollten wir auch im Nahkampf ein bisschen besser austeilen können. Oh, da ist ja nur eine Blutfliege. So, dieser Typ mit dem Lampenöl, der sitzt ja da oben. Hier ist noch das Nashorn. Der Banditenboss Ortega ist tot. Tatsächlich? Das sind doch mal gute Neuigkeiten. Die Orks sind schon schlimm genug. Da brauchen wir nicht auch noch Banditen. Hier hast du dein Lampenöl. Wirklich? Danke, Fremda. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies als Dank für deine selbstlose Tat. Ich werde sofort nach Ardea aufbrechen, bevor mir mein Öl wieder gestohlen wird. Zeig mir deine Ware. Wo hat er eigentlich 400 Gold her? Mh. Deftiger Eintopf. Um das Kochen können wir uns dann auch noch irgendwann kümmern. Ich denke mal, das wird Stärke bringen. Aber erstmal ein bisschen Geld sparen. Die 400, die er uns gegeben hat, haben wir direkt wieder ausgegeben. Perfekt. So, keine Monster hier. Doch, da ist ein Schwein. Ja, guck mal. Dem mache ich jetzt schon ordentlich Schaden. Wegen Wildjäger. Shit. Und Großwildjäger, das wird dann noch geiler. So, seht ihr noch irgendwo ein Schwein? Eigentlich müsste ich diese Hasen auch töten. Aber dann kriege ich wieder Ärger von manchen Leuten im Kommentarbereich. Ich bin jetzt schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder eins von den Viechern. So macht man das. Hey. Wieso hat mich der Rebell umgehauen? Besser du als ich. Bleib stehen. Keinen Schritt weiter. Bleib locker, ich tu dir nichts. Bei Enos. Ich dachte schon, du wärst einer von den miesen Orks-Söldnern. Hast du keine Angst, dass sich die Orks erwischen? Orks sind unvorsichtig und laut, wenn sie durch die Wälder streifen. Ich höre sie schon nach 500 Meter. Die einzige Plage, die mir zu schaffen macht, sind die verfluchten Goblins. Hast du mehr Angst vor Goblins als vor Orks? Angst? Ich hab keine Angst. Die Goblins schleichen sich nachts ans Lager heran und stellen mir mein ganzes Hab und Gut. Irgendwo in der Nähe muss ein ganzes Nest von diesen feigen Goblins sein. Erzähl mir was über die Gegend hier. Du bist hier in der Wildnis. Keine Stadt weit und breit. Das Gebirge im Norden dort trennt die Küstenregion von Mittelland. Wenn du dem Weg weiter Richtung Westen folgst, wirst du irgendwann nach Montera kommen. Falls dir die Banditen nicht vorher den Hals durchschneiden, versteht sich? Interesse an einem kleinen Handel? Kommt drauf an, was du dabei hast. Was zahlst du mir, wenn ich die Goblins erledige? Du meinst, wenn ich nicht mehr ständig auf meinen Kram aufpassen muss? Hm, ich würde sagen, das wäre mir 100 Goldmünzen wert. Das ist ja der Wahnsinn. Ich werde die feigen Goblins für dich erledigen. Na dann mal viel Spaß. Goblins sind verdammt flinke kleine Mistkerle. Lass dich nicht von ihnen umzingeln. Dann machen sie dich fertig. Zeig mir deine Ware. Oh, nice dead feiler. Diese Jägerkleidung ist nicht so gut. Altläuferbogen. Den könnte ich tragen. Ist der so viel besser als meiner überhaupt? Schon. Nochmal 20 Schaden mehr, ne? Habe ich hier dran? Nice. Was ich hier nie gecheckt habe. Wie kann man eigentlich diese Höhle da nicht finden? Wie müssen sie irgendwo eine Höhle haben? Hä, wieso ist der so hoch geflogen? Weißt du, aber dann so drei Meter weiter ist dann die Höhle und dann findet man die nicht, oder was? Goblins sind so schlimm in Gothic 3. Hallo? Hallo? Gut, dass Goblins aber wenigstens lahmarschig sind, wenn sie angreifen. Voll in den Schädel, voll daneben, voll in den anderen, voll keinen Schaden gemacht. Oh, perfekt. Hey, das macht ja wirklich keinen Sinn. Hey? Ja, kann ich auch mal treffen jetzt? Was? Wie wärs? Guck mal, ich kann einfach nicht treffen. Ich kann die einfach nicht treffen. Es geht einfach nicht. Level Up, das ist ja nice. Also Nahkampf gegen Goblins ist schon scheiße. Voll in den Schädel. So. Nochmal in den Schädel. Und nochmal. Abels auch. Komisch, manchmal funktioniert das ja mit den Blocken nicht. Dann weicht der Goblin perfekt aus. So irgendwie zweimal hintereinander treffen. Da ist nichts mehr zu holen. Geht anscheinend gar nicht. So. 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 Junge, wie der ausweicht. Junge, wie der ausweicht. So. Metalltruhen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Abgebrochen. Schön, schön. Abgebrochen. 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 Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Da liegt ein toter Feuermagier. Der erste Orkkrieg und der zweite Orkkrieg. Orkkrieg. Und noch ein Trühchen. So. Erster Orkkrieg. Der erste Orkkrieg fand zur Zeit Robas des Zweiten nach dem Varanthenischen Krieg statt. Wilde Orks aus den Nordlanden fielen über das ihrer Meinung nach geschwächte Mythaner her. Sie verwüsteten viele abgelegene Bauernhöfe, plünderten Burgen und metzelten die Milizen nieder. Als die schlecht gerüsteten, undisziplinierten und unorganisierten Orks jedoch auf die Armeen des Reiches stießen, wurden sie regelrecht hinweggefegt. Kriegsverlauf. Der Krieg war kurz, aber brutal. Die Menschen kannten keine Gnade. Andererseits schwärmen viele Orkstrupps aus, die alles plünderten und brandschatzten, was ihnen in die Quere kam. Letztendlich siegten die Armeen des neuen König Robas des Zweiten und sein General Lee über die Orks. Möglich wurde dieser Sieg auch durch die Waffen aus magischem Erz. Auf seltsame Art verletzten diese Waffen die Orks stärker als normale Waffen. Die Freude über den Sieg war bei den Menschen von kurzer Dauer. Schon bald kehrten die Orks zurück und diesmal waren sie besser ausgerüstet, viel disziplinierter und bedeutend besser organisiert als beim ersten Mal. Zweiter Orkkrieg. Der Zweite Orkkrieg fand einige Jahre nach dem ersten Orkkrieg statt und sollte zum Untergang des alten Muthana führen. Die Orks hatten aus ihren Fehlern gelernt. Diesmal waren sie viel besser ausgerüstet, viel disziplinierter und weitaus besser organisiert als beim ersten Mal. Anfangs hielten die königlichen Truppen Stand, doch nach und nach eroberten die Orks immer mehr der Gebiete. Um die Elite der Menschen zu schlagen, warfen die Orks schwergepanzerte Elite Orks Schamanen, Massen an Kriegern und sogar zahlreiche Belagerungswaffen ins Gefecht. Die orkischen Sklavengalerien erwiesen sich den Schiffen der Menschen als ebenbürdig. Manche würden sogar überlegen sagen. Die Orks führten einen methodischen, gut organisierten Feldzug durch. In jüngster Vergangenheit hat die orkische Flotte die Flotte der Menschen vernichtet, Muthana überrannt und das Minenteil auf Korines besetzt. Damit hat sie die Menschen von ihrer wichtigsten Rohstoffquelle dem magischen Erz abgeschnitten. Die Orks mussten auch empfindliche Niederlagen einstecken. Um sich abzusichern, beschlossen die Schamanen der Orks Belia anzubeten und ihn in gewissem Rahmen zu unterstützen. Die Orks bekamen Unterstützung durch Belias Scherken. Etliche Bewohner Varans haben sich inzwischen den Orks angeschlossen. Diese, als Assassinen bezeichnete Gruppe, arbeitet für die Ziele der Orks und natürlich ihre eigenen. Irgendwie finde ich das hier alles ganz merkwürdig. Ich glaube, ich habe es in dem ehemaligen LP auch schon angesprochen. Erstmal ist es ganz merkwürdig. Es ist ein paar Wochen her, dass wir auf Korines waren. Und dann gibt es hier jetzt schon Geschichtsschreibungen über den Zweiten Orkkrieg, der gerade stattfindet. Und dann redet man schon darüber, ja, Korines wurde erobert. Also wenn das jetzt nur irgendwelche Tagebuchaufzeichnungen sind von diesem Typen, dann ist das ja okay oder seine Meinung oder seine Einschätzung. Aber dann sollte man das vielleicht nicht Erster und Zweiter Orkkrieg nennen, sondern vielleicht Tagebuch eines Magiers. Ich glaube, Metana wurde schon ganz erobert. Weißt du? Und dann hätte man auch kein Problem. Mr. Amon. Die Feigengoblins sind erledigt. Und die Mistkerle haben dir nicht das Fell abgezogen? Teufel nochmal. Du hast es drauf, Mann. Das ist mir 100 Goldmünzen wert. Bring mir was über die Jagd bei. So, mein Freund. Gut so. Warte mal, wie viel brauche ich? 100? Nur weiter so. 160. Oder brauchte ich 165? Ne, ich glaube, 160. Mir fehlt jetzt immer noch ein Lernpunkt. Für diesen Säbel. Soll ich mir den Säbel jetzt kaufen? Ich glaube, ich kaufe mir den Säbel jetzt. Dann habe ich den Säbel schon. Muss ich zwar nochmal nach Kadun nochmal hinlaufen, aber... Dann habe ich zumindest diesen Säbel. Also... Ich muss arbeiten. Musst du das? Ich glaube, das Ding behalte ich aber noch, weil ich damit notfalls vergiften kann. Zeig mir deine Ware. Ach, der braucht 165. Ich kaufe ihn mir trotzdem schon. Zeig mir deine Ware. Kann ich ihn... ...nächstes Level abtragen. Wieso braucht diese Heugabe so viel... Stärke? Naja, gib her. Was soll's. Dann ziehen wir mal weiter. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.